Für wen ist dieser Einführungskurs in das Lebenshaus geeignet? Wenn du mich und meine Arbeit kennenlernen möchtest oder wenn du einfach neugierig bist auf dein Leben und ohne großes Vorwissen dein eigenes Lebenshaus als Mindmap erstellen möchtest und dir dabei deiner Stärken und Ressourcen aus den verschiedenen Lebensabschnitten bewusst werden möchtest und diese als Stärkungssätze und Kraftquellen formulieren möchtest, sodass sie dich in deinem Alltag unterstützen werden, dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zum Einführungskurs ins Lebenshaus der Jahr siebte.